Wir sind nicht schwarz oder weiß. Wir sind nicht hell oder dunkel. Glatt oder rau. Wir sind überall. Wir sind Beschützer und Entdecker, Erfinder und Traditionalist. Farben bestimmen unser Leben. Farbe ist unsere Inspiration. Farbe ist Veränderung. Und deshalb sind wir immer in Bewegung. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen und der passenden Lösung. Um dem Vertrauen, das uns unsere Kunden jeden Tag aufs Neue entgegenbringen, auch gerecht zu werden. Beständigkeit bedeutet nicht Stillstand. Es gehört zu unserer Philosophie, uns immer wieder selbst zu hinterfragen, sich nie auf Erfolgen auszuruhen. Und dabei doch immer die eigenen Wurzeln im Blick zu behalten. Zukunftsfähig zu sein, bedeutet unabhängig vom Bedarf, selbstständig neue Potenziale zu erkennen. Kundenorientiert zu handeln, erfordert die Fähigkeit zur Empathie, sich in seine Kunden und Mitarbeiter versetzen zu können, um die bestmögliche Lösung zu finden. Lösungen, die im Mittelpunkt eines Netzwerkes aus Ideen, Innovationen, Produkten und dem Mensch stehen. Mit über 600 Mitarbeitern bieten wir alle Lacktechnologien aus einer Hand. Pulver, Flüssig und Elektrotauchlacke sowie Composite-Lösungen. Mit dieser Kompetenz und mehr als 90 Jahren Erfahrung haben wir den Systemlackgedanken entwickelt. Bei den vertikalen Systemlacken kombinieren wir unterschiedliche Lacksysteme zu einem mehrschichtigen, optimierten Lackaufbau. Durch eine hochwertige und beständige Lackierung bieten wir so den optimalen Schutz. Bei den horizontalen Systemlacken verwenden wir unterschiedliche Lacksysteme zur Beschichtung verschiedener Bauteile eines Objektes. Trotz heterogener Untergründe ermöglichen wir so bei Farbton, Glanz und Struktur ein rundum harmonisches Gesamtbild. Unsere gemeinsame Zukunft ist uns wichtig und deshalb ist Nachhaltigkeit kein leeres Wort für uns. Es bedeutet für uns, aus weniger Ressourcen mehr Werte zu erschaffen. Wir übernehmen Verantwortung, sowohl gegenüber der Natur als auch der eigenen Rolle als Arbeitgeber in der Region. Das ist unsere Aufgabe und deshalb stehen wir hier. Gemeinsam. Bereit alles zu geben. Jeden einzelnen Tag. Freilacke. Lösungen mit System.